Du bist schon ein komischer Typ. Oft bist du total lustig und charmant. Und manchmal bist du irgendwie richtig verklemmt. Verklemmt? Wann hast du denn mal was richtig Verrücktes gemacht? Verrückter als Dosenwerfen und Karussellfahren? Ich mache unentwegt verrückte Sachen. Voriges Jahr war ich ohne Sauerstoffgerät auf dem Mount Everest. Das Jahr davor war ich Heitauchen. Was? Nie im Leben? Ach, du meinst, ich soll mal was richtig Verrücktes machen? Das traust du dich nie. Du, der Teddy wird nass. Oh, krass. Na, hallo, das ist gut. Oh, krass. Oh, krass. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020